Wir kommen auch bald schon zum Ende, obwohl wir noch 28 Minuten haben, aber uns wird schon was einfallen. Wir können ja alles, außer Hochdeutsch. Übrigens, neulich hat mich einer angesprochen, vorhin auf dem Stand, ich persönlich wäre gegen die Homo-Ehe. Dazu sage ich nur eins, der Arschloch. Richtig. Ich bin nicht gegen die Homo-Ehe. Ich bin nur nicht dafür. Okay. Da kann man mal klatschen. Das ist ja alle politisch korrekt. Wer ist für die Homo-Ehe? Beste gegen. Ja, woi. berw 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 berw